Bethesda hat seine Beta-Version vom neuen Starfeed-Patch 1.9.6.7 auf Steam veröffentlicht. Das Update ist ziemlich interessant, weil es inhaltlich ein paar coole Sachen hinzufügt, aber auch, weil es etwas über Starfeed und die Situation bei Bethesda aussagt. Auf der einen Seite ist der Patch nämlich super modern mit der neuesten Technik und auf der anderen Seite ist er auch uralt und beschäftigt sich mit 18 Jahre alten Problemen. Und es ist auch unklar, ob der Patchnode eine positive Überraschung ist, weil sie zusätzlich was liefern, mehr als sie versprochen haben, oder ob es doch was Schlechtes ist, weil sie jetzt doch nicht einhalten können, was sie noch zum Jahresende versprochen haben. Ihr seht, da steckt auch so ein bisschen mehr drin, als die reinen Patchnodes vermuten lassen. Aber gucken wir uns doch zuerst an, um ein bisschen zu schauen, was da drin steckt. Ich lese das mal komplett vor und dann gehen wir auf die einzelnen Punkte ein. Es gibt ein neues Update für die Steam Beta, das AMD FSR 3 Optionen und andere Verbesserungen umfasst. Wir ermuntern all unsere Steam PC Spielerinnen sie auszuprobieren und uns ihre Gedanken mitzuteilen, bevor das Update bald für alle Spielerinnen live geht. Andere Korrekturen in diesem Update betreffen die Leistung und Stabilität, einschließlich einiger Anpassungen wegen der Form-ID-Probleme, die uns manche von euch mitgeteilt haben. Wie immer sind wir sehr dankbar für all euer Feedback und eure Unterstützung. Wir sehen uns in Starfield. Vieler Behebungen und Verbesserungen. Zuerst Grafik, Unterstützung von AMD Fidelity FXTM Super Resolution 3, das ist der lange Name von FSR 3 und das wurde jetzt hinzugefügt. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen im Detail. Dann Unterstützung von Intel XE Super Sampling, eben XSS, auch hinzugefügt. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass bei Verwendung von DLSS Leistungsmodus die Wolken zu fabrieren schienen. Ein Problem wurde behoben, das dazu führen konnte, dass beim Zielen mit einer Waffe oder dem Wechseln von Aufgaben ein kleineres grafisches Artefakt auftrat. Na dann, Stabilität. Die Art, wie Form-IDs beim Laden von Spielständen freigegeben werden, wurde geändert. Sie sollte die Stabilität von Spielständen verbessern, in denen viele Schauplätze besucht wurden. Ein Absturzfehler wurde behoben, der auftreten konnte, wenn Änderungen am Schiff vorgenommen wurden, die im Schiffsbildermenü ein Bewegen aller Items in den Laderaum erforderten. Da war ich kurz richtig gehypt. Kann man auch gleich darüber sprechen, warum. Und dann leider doch nicht. Sonstiges. Eine Änderung wurde zurückgenommen. Okay, eine Änderung aus dem letzten Patch, die dazu führte, dass sich beim Datenmenü beim Aufnehmen von Screenshots mit F12 öffnete. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass bei Verwendung von DLSS die Skalierung der Auflösung beim Wechsel von Vollbild zu Fenstermodus auf 1.0 zurückgesetzt wurde. Also AMD FSR3. Das ist die Supersampling-Methode von AMD. Bei Nvidia heißt es ja direkt DLSS, also Deep Learning Supersampling. Und bei Intel heißt es eben XSS. Und da geht es darum, dass man sein Spiel auf einer niedrigeren Auflösung als der normalen spielt. Also wenn ihr normalerweise einen 1080p Full-HD-Monitor habt und spielt auch auf 1080p und mit diesen Methoden spielt ihr dann eben auf 720 oder 468 oder einer anderen Einstellung. Und dann berechnet dann FSR3, XSS und DLSS das Bild von der niedrigen Auflösung wieder zurück auf 1080p. Das hat zwei direkt logische Konsequenzen. Erstmal läuft es ein bisschen schneller, weil man natürlich auf einer niedrigeren Auflösung spielt. Aber es sieht natürlich auch ein bisschen schlechter aus. Aber gegenüber dem normalen Runterschalten der Auflösung hat es dann doch Vorteile, weil das hochgerechnete Bild ist dem Originalbild relativ ähnlich. Nvidia verwendet dabei KI, das heißt Deep Learning Supersampling. Zum Beispiel AMD FSR3 verwendet keine KI. Wir haben andere Methoden, um das wieder hochzuberechnen. Man muss sagen, dass das DLSS bis jetzt ein bisschen sauberer aussieht. Es hat weniger grafische Artefakte und auch weniger Flimmern. Aber insgesamt ist das FSR3 auch relativ gut inzwischen und hat auch den Vorteil, dass das eben nicht nur auf AMD-Grafikkarten läuft. Aber jetzt eben in Starfield wird sowieso alle drei großen Grafikkartenersteller Intel-AMD und Nvidia nativ unterstützt. Zusätzlich hat FSR3 eben nicht nur dieses Upscaling, sondern es hat auch Bildgenerierung, was Frame Generierung bei Nvidia heißt. Und das heißt hier Fluid Motion Frames bei AMD und gibt das auch. Und das Gute bei den Fluid Motion Frames und allgemein bei FSR3, wie gesagt, das funktioniert eben nicht nur auf AMD-Grafikkarten. Das heißt, man kann es auch auf alten Nvidia-Grafikkarten benutzen. Solche der 20er und der 30er Serie. Oder auch sogar der 10er Serie. Wenn ein Spiel direkt FSR3 unterstützt, ich spreche gleich noch über eine Mod. Aber hier kann man es direkt so nutzen. Und Frame Generierung von Nvidia funktioniert ja nur auf den 40er Karten. Nicht auf den 30er, nicht auf den 20er, auf den 10ern schon gar nicht. Und das kann ja extrem wichtig sein für ein flüssigeres Bild. Ist nicht alles perfekt. Gucken wir uns gleich noch ein paar Videos an und ein paar genaue Zahlen. Aber prinzipiell ist das möglich. Als erstes natürlich die interessante Frage, wie viel FPS bringt das? Und nach den ersten Meldungen auf Reddit und auch einigen Vergleichsvideos, wo ich auch nochmal hier gleich ein bisschen im Detail zeigen werde, mit Frame Generierung verdoppelt sich ungefähr die Framerate. So zwischen 70 und 100 Prozent haben die meisten Leute und das ist natürlich eine starke Änderung. Das ist jetzt zum Beispiel auf Nvidia GTX 1650 erhöht sich das von 21 Frames auf 44 Frames mit FSR3 Frame Generierung. Ich benutze irgendwie so eine Mischung aus Englisch und Deutsch mal Frame Generierung. Frame Generierung, Frame Generation. Irgendwas davon muss ich mal richtig machen. Wenn man jetzt nur FSR3 einstellt, also das Upscaling, kriegt man ungefähr 20 Prozent dazu. Das Problem ist so ein bisschen, dass man eigentlich, um ein flüssiges Spielen zu haben, schon vor der Frame Generierung ungefähr so, sag ich mal, mindestens 40, 50 Frames haben sollte, weil diese künstlichen, neu berechneten Bilder erlauben ja keinen Input des Spielers. Das ist ja nicht ein echter Frame, sondern man hat ungefähr weiter halt 21 Frames und zwischen diesen Frames werden neue Bilder von der Grafikkarte berechnet. Aber das sind keine echte Bilder von der Engine. Das heißt, ich kann die nicht steuern, wie ich in einem normalen Frame halt mit meinem Gamepad und meinen Tastatureingaben halt dann das neue Frame berechnet wird und dann geguckt wird, was habe ich gemacht? Bin ich nach vorne gegangen? Habe ich mich nach rechts, nach links umgeguckt? Sondern es wird zwischen zwei existierenden echten Bildern ein neues rein berechnet. Und das kann halt dazu führen, dass man mehr Delay hat, mehr Verzögerung, weil man zwischendurch zum Beispiel gerade so ein berechnetes Bild sieht, auf das man gar keinen Einfluss haben kann. Und je nachdem, wie das genau umgesetzt wird, fällt das mal mehr, mal weniger auf. Zum Beispiel fällt das bei FSR 3 mehr auf als bei Nvidia. Die haben ja mit Reflex, was übrigens auch in Kombination mit FSR 3 funktioniert, auch Möglichkeiten veraltete Bilder wieder wegzuschmeißen, wenn die jetzt nicht mehr so zwar die Flüssigkeit, also die die Frame Rate erhöhen würden, aber zu alt sind und zu viele Inputs in der Zwischenzeit hinzugekommen sind. Allgemein haben diese Techniken. Da ist eine Menge in Entwicklungen sehr, sehr cool in den letzten Jahren. Ich bin gespannt, was im nächsten Jahr dann noch kommt. Aber man kann eben auch nicht komplett zaubern. Und wenn die Frame Rate eh niedrig ist, kann das ziemlich auffallen. Also zum Beispiel auf 1650 mit so nötigen Frames, ja, nominell erhöht es das. Und Animationen können so viel flüssiger aussehen. Oder wenn man gerade nach vorne läuft, sieht das schöner aus. Aber gerade im Third-Person, First-Person-Spielen fällt das mit so wenigen Frames dann doch auf. Das Video werde ich wie gesagt verlinken, aber ich wollte euch trotzdem hier nochmal in Bewegung zeigen, wie das aussieht. Man sieht schon hier, das ist deutlich verwaschener in FSR 3, also in der niedrigen, zwar in der Qualitätsauflösung, aber eben heruntergerechnet und dann wieder mit FSR 3 hochgerechnet. Man hat jetzt hier natürlich nochmal die Komprimierung durch ein YouTube-Video. Das hilft nicht, aber man sieht schon an so ganz kleinen Details, wie hier im Hintergrund diese Maschine, hier vorne das Gitter oder auch die Personen, dass da einige Details verloren gehen. Und das hier für vier Frames. Wichtiger ist natürlich wirklich, wenn man Frame-Generation anmachen kann und das dann ein bisschen was hilft. Auch hier bei den Lampen sind zum Beispiel gerade im Hintergrund, dass die dann deutlich unsauberer werden. Das hat auch ein bisschen Vorteile manchmal sogar, wenn man das FSR 3 oder DLSS anmacht. Das kann man hier sehen, wenn man reingezoomt ist. Wenn ihr hier mal auf einige Stellen achtet, in der nativen Auflösung, womöglich auf 1080p spielt, dann kann es bei kleinen Details manchmal so zu flimmern oder flackern kommen, weil das zu kleinteilig ist für die Auflösung eigentlich. Und dadurch, dass es mit FSR 3 zwar erst runtergerechnet wird, aber nachträglich nochmal geglättet und hochgerechnet, verliert man zwar bei den Details, aber das Spiel kann ruhiger aussehen. Das sieht ja hier flackern und diese Artefakte, die man hier hat, die man in der Mitte hat, die hat man dann eben nicht, wenn man sowas wie DLSS oder FSR 3 benutzt. An der Stelle vielleicht noch kurz ein Video zu Frame Generation von DLSS und FSR 3 von Digital Foundry. Die machen eh technisch immer sehr gute Videos. Und da geht es aber um Spiele, die nicht nativ schon das Frame Generation des Fluid Motion Frames von FSR 3 unterstützen, sondern die DLSS Frame Generation haben. Und da gibt es Mods, dass man eben das mixen kann. Dass man die Frame Generation von NVIDIA, wenn das DLSS unterstützt und Frame Generation auch auf älteren NVIDIA Grafikkarten wie eben der 20er oder der 30er Serie nutzen kann. Nicht auf der 10er Serie, aber auf der 20er und 30er mit einer Mod, die da verlinkt ist. Ich werde euch das auch mal in der Beschreibung verlinken, dass ihr euch das Video angucken könnt von Digital Foundry oder dass ihr auch die Mod findet. Und das ist eine Möglichkeit, eben in anderen Spielen das zu machen. In Starfield ist das nicht nötig. Das ist nochmal wichtig, weil das schon relativ die Frame Generation von FSR 3 unterstützt. Aber das kann eine Möglichkeit sein. Und auch da sind das ähnliche Vor- und Nachteile. Es bringt erstmal ordentlich Frames. Wenn man diese Mod benutzt, ungefähr so in dem Bereich zwei Drittel mehr. Man sieht das hier so manchmal auch bis zur Verdopplung, aber meistens so zwei Drittel. Und manchmal auch so ein ruhigeres Bild und eben auch auf älteren NVIDIA Grafikkarten. Die anderen Sachen bei Grafik sind jetzt wirklich kleine Sachen. Irgendwie ein kleines Problem mit DLSS und Wolken, dass sie ein bisschen gewackelt haben. Das ist weg. Und ein Artefakt beim Waffenwechsel und Wechsel von Aufgaben. Gut. Der nächste Punkt ist interessant bei Stabilität. Da geht es um die Form-IDs. Und das ist halt ein Problem, was Bethesda mit seiner Engine seit 18 Jahren mit sich rumflappt. Das ist der Wahnsinn. Seit 18 Jahren. Ganz grob, falls ihr es bis jetzt verpasst habt, geht es darum, wenn man jetzt in der Welt rumherläuft und neue Schauplätze entdeckt. Und die haben ja alle Items. Jeder Gegenstand in dem Spiel grob gesagt eine Nummer bekommt. Eine ID, mit der das Spiel das identifizieren kann. Und es gibt halt nun mal eine maximale Anzahl von diesen Nummern von IDs, die die Engine vernünftig verwalten kann. Und wenn man diese Nummer überschreitet, werden die Spielstände immer größer. Es kann zu Abstürzen führen, dass es ewig lädt oder dass man das gar nicht mehr spielen kann. Wirklich, dass einfach der Spielstand komplett kaputt ist. Und um das zu verhindern, sie können dieses Grundproblem anscheinend nicht fixen. Aber eine Möglichkeit, das vielleicht zu umgehen, ist, dass man die recycelt, die IDs. Das heißt, diese Nummern wieder freigegeben und können vom System neu verwendet werden. Das war bis jetzt ziemlich buggy. Und jetzt haben sie die Art geändert, wie das gemacht wird. Und damit soll eben die Stabilität von den Spielständen verbessert werden. Muss man jetzt mal gucken, ob das den Leuten wirklich hilft. Das ist natürlich besonders traurig für Fans von Starfield, von den Leuten, die hunderte Stunden da reinstecken und möglichst viel erkunden. Weil nur dann tritt das Problem wirklich auf. Weil jemand, der nur schnell die Story durchspielt, der nicht so viel erkundet, der kommt nicht an dieses Limit von den Form-IDs. Am nächsten Punkt war ich erst kurz gehypt. Weil da stand hier mit Änderungen am Schiff, die im Schiffsbilder-Menü das Bewegen aller Items in den Laderaum erfordern. Und dann dachte ich, da haben sie das endlich gefixt. Weil das wirklich auch eines der großen Probleme ist, dass vor allem die, ja, die Fans von Starfield beeinträchtigt, von den Leuten, die wirklich sozusagen die Power-Player, die Power-Gamer sind. Und eines der Sachen, die den Leuten am meisten Spaß macht, ist eben das Schiffe bauen. Und das Problem ist jetzt, wenn du halt in deinem Schiff was änderst, und sei es auch nur das Triebwerk oder so, dass dann die Items im Spiel, äh, im Schiff zurückgesetzt werden. Dass du halt das mühsam eingerichtet hast und überall deine Plüschtiere hingesetzt oder deine Kaffeetassen oder was auch immer. Und dann ist plötzlich alles wieder im Laderaum und kannst es wieder neu machen, wenn du nur Kleinigkeit änderst. Und ich dachte, das haben sie jetzt hier endlich zurückgenommen, dass das nicht passiert. Aber eigentlich haben sie nur einen Absturzfehler behoben, der auftreten kann, wenn eben alle Items in den Laderaum bewegt werden. Wäre halt schön gewesen, wenn sie behoben hätten, dass nicht alle Items in den Laderaum bewegt werden. Naja. Ansonsten noch Sonstiges. Hier haben sie anscheinend eine Änderung zurückgenommen vom letzten Patch. Was auch ein bisschen traurig ist, wenn sie erst zwei Wochen Steam-Beta machen und dann den Patch veröffentlichen in einem Sechs-Wochen-Rhythmus und dann immer noch irgendwelche blöden Fehler drin sind. Aber kann passieren. Ist natürlich immer nur etwas, was nicht passieren sollte. Und das Letzte ist auch noch mal hier, dass, ähm, die Skalierung bei dir jetzt erst zurückgesetzt wurde, wenn man hin und her gewechselt ist, zwischen Vollbild- und Fenstermodus. Das mit diesem, was ich gerade angesprochen habe, mit den Beta-Patches und den Patch-Zeiträumen ist übrigens auch ganz interessant, weil das jetzt die Frage aufwirft, wo die Leute auch nicht ganz sicher sind, ob, äh, Bethesda jetzt hier übererfüllt, mehr als sie versprochen haben, oder ob sie praktisch schon ihre Jahres-, ihre guten Jahresvorsätze nicht halten können. Nochmal zurück. Sie haben ja am Jahresende mit ihrem End-of-Year-Update gesagt, dass sie jetzt in 2024 alle sechs Wochen einen Patch veröffentlichen wollen und dass das ihr Rhythmus ist. Und da haben sie einige Sachen angekündigt, die da drin sein sollen. Zum Beispiel hat er auch einige Features und neue Gameplay-Mechaniken. Das war schon ein bisschen enttäuschend, dass im ersten großen Patch des Jahres, der jetzt halt eben Mitte Januar in die Beta ging und dann Ende Januar jetzt zum Monatswechsel dann für alle verfügbar war, dass dann noch keine neuen Features und keine Gameplay-Mechaniken drin waren. Aber wichtig ist auch dieser Zeitraum von sechs Wochen, denn der Beta-Patch, das ist jetzt ja wieder ein Beta-Patch, das muss man im Kopf behalten, dass es Beta-Patches gibt unter dem finalen Release. Wir befinden uns jetzt ungefähr ein bisschen mehr als vier Wochen nach dem letzten Beta-Patch und knapp anderthalb Wochen nach dem letzten Patch. Und jetzt kommt der Rhythmus mit diesen sechs Wochen eigentlich gar nicht so richtig hin, weil eigentlich hätten wir den nächsten Beta-Patch ungefähr erst in knapp anderthalb bis zwei Wochen erwartet. Das heißt, jetzt entweder sind sie schneller und diesen FSR-3-Patch mit den paar anderen Änderungen, die wir hier sehen, kommt einfach zwischen diesen sechs Wochen Rhythmus oder bei den Beta-Patches gibt es halt nicht genau diesen Zeitrhythmus. Das kann ja manchmal mehr oder manchmal weniger als diese sechs Wochen sein. Wichtigsten hat die sechs Wochen Releases von den finalen Patches oder das ist eben jetzt doch der nächste größere Patch und er enthält halt schon wieder keine Gameplay- und Feature-Änderungen. Das ist jetzt nicht wirklich klar. So richtig wissen, werden wir das erst in vier Wochen, wenn dann hoffentlich der finale Release dieses Patches rauskommt. Oder der kommt halt früher raus, meinetwegen schon in zwei Wochen und in vier Wochen kommt nochmal ein größerer. Bei Bethesda weiß ich inzwischen ehrlich gesagt selber nicht mehr, was ich dann noch glauben oder erwarten soll. Im letzten Jahr war die ganze Patch-Politik eine absolute Katastrophe. Zum Jahreswechsel haben sie eben die Verbesserung versprochen und der erste Patch des Jahres ist halt auch so eine Mischung aus, ja, ganz gut, teilweise Sachen, die ich nicht erwartet habe und die positiver waren als gedacht und enttäuschenden Sachen. Und also wir warten einfach ab in der Hinsicht. Wie beim letzten Patch haben sie übrigens auch ein paar grafische Änderungen diesmal wieder drin versteckt, die sie gar nicht erwähnen. Und hier hat jemand auf Reddit einen Vergleich-Screenshot gepostet. Vergleich-Screenshot ist übrigens ein bisschen doof, weil er unterschiedliche Tageszeiten gewählt hat, was nicht so klug ist. Aber es geht um die Reflexionen im Wasser und das sieht man auch, wenn das nicht ganz identisch ist. Also man sieht hier auf dem ersten Screenshot vor dem aktuellen Beta-Patch, dass nur der Berg hier, eine Reflexion ist es auch nicht wirklich, das ist eine gefakte Reflexion, aber immerhin, dass der Berg sich eigentlich hier in der Wasseroberfläche spiegelt, aber die anderen Sachen zum Beispiel nicht hier. Der kleinere Felsen hier vorne und diese Landzunge, dass da gar nichts ist. Und wenn man sich das jetzt anguckt, sieht man, dass zumindest diese Landzunge auch eine Reflexion hat. Dieser Felsen immer noch nicht. Ich glaube, Bill Wester arbeitet sich da Patch für Patch vor. Vielleicht gucken sie auch nur auf diesen einen See und dann erst den Berg, dann die Landzunge, dann der Felsen, dann vielleicht noch die Bäume. Die Bäume spiegeln sich leider auch überhaupt nicht. Also das ist immer noch für eine moderne Engine ist das nicht gut genug. Aber die Lichtänderungen am neuen Patch, schon im letzten Patch, waren teilweise gravierend. Das sieht wirklich besser aus. Es ist immer noch nicht richtig modern, aber besser als vorher. Hier hat zum Beispiel jemand einen Zeitraffer von New Atlantis aufgenommen. Fällt es auch positiv und negativ auf. Also das ist einmal die neue Beleuchtung, jetzt einen ganz neuen Beta-Patch. Man muss wirklich sagen, die ist hübscher geworden, gerade in den Übergängen von Tag zu Nacht, aber auch mit einigen anderen Effekten. Also das ist besser als vorher. Aber was immer noch zum Beispiel dann auch gleich wieder auffällt, erst mal, wie klein New Atlantis ist. Diese Hauptstadt der größten Fraktion. Also das ist schon ein bisschen krass, wie wenig Leute da eigentlich wohnen und wie wenig nachts beleuchtet ist. Wenn man sich das hier mal anguckt. Ja hier. Nachts. Nicht nur ist die Hauptstadt von der UC winzig klein von dieser Riesenfraktion. Da müssten Millionen, wenn nicht sogar in der Zuruf eigentlich Milliarden Menschen leben. Und da leben irgendwie hier ein paar hundert. Und beleuchtet ist hier kaum was. Der Raum hat nicht vernünftig. Hier ein bisschen von, ich weiß gar nicht, was das ist, wie wir das nennen, der Zoll, die Zollbehörde hier, wenn man in die Stadt kommt. Hier hinten gibt es ja ein paar Läden, die sind auch beleuchtet, der Shop. Und dann mal so einzelne Lichter irgendwo. Die meisten Wohnhäuser, die meisten anderen Gebäude, die sind nicht beleuchtet. Die haben keine Fenster, wo es mal rauskommt. Die haben keinen Eingangsbereich, der beleuchtet ist. Die haben keine beleuchteten Straßen oder so. Nicht wirklich gut. Da sieht man manchmal die kleineren Laternen an den Sachen, wo man dann gehen kann. Und auch bei dem Bahnhof für die Metro. Aber insgesamt wirkt das halt sehr tot und leblos. Und Licht macht ja allgemein eine Menge. Wie gesagt, die Lichtänderungen in den letzten Patches waren nicht angekündigt. Sie arbeiten da dran. Und das ist nett. Ist aber nicht so wichtig, wie eben die Gameplay- und Featureänderungen, die hoffentlich bald angekündigt werden. Übrigens müsste das so in den nächsten anderthalb Wochen ungefähr kommen. Dass wir dann vielleicht nächste Woche, spätestens übernächste Woche, nicht mehr den Beta-Patch der FSR 3 haben, der vielleicht dann schon final draußen ist für alle. Sondern, dass es dann eben die neuen Sachen zu sehen gibt. Gucken wir mal. Diese Zwiespältigkeit sieht man auch bei den Rezensionen auf Steam. Die sind jetzt nicht mehr ganz so schlecht, wie sie zuletzt noch waren. Also die kürzlichen Rezensionen in den letzten 30 Tagen sind von negativ zu ausgeglichen zurück. Das ist ja auch das, was insgesamt der Wert ist. Obwohl natürlich sich die noch unterscheiden. Dieser ausgeglichene Wert ist 41% der Nutzerrezensionen. Alle Rezensionen sind inzwischen bei 62%. Aber wenn man sich den Graph mit dem Zeitverlauf ansieht, sieht man hier ungefähr 60% sind halt negativ, 40% positiv. Aber eben Anfang Januar war das noch deutlich krasser, das Verhältnis. Ja, war das Verhältnis dann unter 30%. Und das hat sich jetzt ein bisschen eingependelt. Und ich denke, wir nähern uns langsam ungefähr einem fairen Wert an. Meiner Meinung nach ist ungefähr ein Wert zwischen 50% und 60% für Starfield im aktuellen Zustand angemessen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ein katastrophaler Wert für ein großes Spiel von einem AAA-Publisher, wie Microsoft inzwischen, von einem AAA-Entwickler, wie Bethesda. Und für ein erwartetes Spiel, ein lang erwartetes Spiel, das auch lange laufen soll, wie Starfield. Dafür ist halt alles unterhalb von ... Also unter 80% ist schon nicht gut. Unter 70% ist furchtbar. Und um die 70%, 60% hat es Katastrophe. Und ja, aber man muss auch sagen, es ist eine riesen Enttäuschung insgesamt, das Spiel leider. Und deswegen ist so ein Wert aktuell insgesamt zwischen 50% und 60% angemessen. Das heißt nicht, dass manche Leute nicht Spaß daran haben können. Die empfehlen das Spiel halt. Die spielen das viel. Und die finden bestimmte Sachen darin ganz toll. Auch wenn selbst die guten Sachen problematisch sind. Wie zum Beispiel der Schiffbau, haben wir gerade darüber gesprochen. Aber ich denke mal, so ein Wert eben, so 55 bis 60, wo wir uns langsam annähern, ist angemessen. Und ich denke, da werden sie auch die Nutzerrezension der letzten 30 Tage langsam von unten annähern, dass das über 50 steigt. Ich denke, das wird auch langsam irgendwann so knapp sich um die 60 einpendeln. Und dann hängt es davon ab, was jetzt Bethesda mit den nächsten Patches macht, wie die Mod-Unterstützung mit dem Tool aussieht und was dann vielleicht noch für Mods kommen über Mods. Den aktuellen Zustand und die Zukunft werde ich auch nochmal ein Video machen. Das ist eigentlich ganz interessant. Und das letzte Thema, was ich noch ganz kurz anschneiden möchte, das habe ich nämlich bis jetzt vermieden, aber es wird überall darüber berichtet und jetzt geht es nochmal in die andere Richtung und dann will ich nochmal kurz wenigstens sagen, worum es geht ist, dass Gerüchte aufkamen, dass Starfield auch auf die PS5 kommt. Und das hat so unfundierte Gerüchte, dass ich darüber nicht gerne berichtet habe. Das würde ich euch ersparen, dass ich immer sage, hier, Achtung, Achtung, schnell aufmerksam werden. Dann schnallt euch an über so eine Mini-Meldung, wie Anfang der Woche, dass Starfield angeblich zu PS5 kommt. Wirklich ohne handfest oder nicht mal wirklich interessante Aspekte davon. Und jetzt wird schon wieder zurückgerudert. Der Typ, Nate, der Hate heißt der, der schon ein bisschen Kontakte hat. Das ist nicht so, dass irgendjemand nur ganz ohne Hintergrund das auf Twitter gepostet hat. Aber trotzdem hat er einfach das geschrieben und hat auch selber danach zugegeben, dass da teilweise wilde Vermutungen gestellt wurden, an denen er vielleicht auch selber ein bisschen Schuld hat, meint er, weil er vielleicht schlechte Informationen hatte oder dass er eigentlich gute Informationen hatte, die schlecht wurde, wie auch man das genau meint. Naja, aber der Stand ist jetzt, dass er ein bisschen zurückgerudert und sagt, hm, das sieht wahrscheinlich eher nicht so aus, als würde zum Beispiel Starfield jetzt auf PlayStation 5 kommen. Und es wird jetzt hier teilweise so benannt, als wäre das die Folge davon, dass viele Leute da negativ reagiert hätten. Entweder Leute auf PlayStation und woanders, die sagen, okay, Starfield ist so enttäuscht, das wollen wir gar nicht haben. Oder Leute, die das mögen und auf Xbox spielen und sagen, aus so einem komischen, das finde ich immer ein bisschen seltsam, aus so einem Futter-Night. So, nein, ich mag Starfield. Und jetzt soll das auch nur auf der Xbox bleiben. Diese Xbox, PS5, Konsolen, Krieg-Geschichte. Mir ist das völlig wurscht. Ich habe beide Konsolen und spiele eh hauptsächlich auf PC. Von daher. Aber ich verstehe schon, warum Sachen exklusiv sein, sollten manchmal oder können. Warum das wichtig ist, vielleicht auch für die Konkurrenz. Aber dieses Hin und Her ist halt ... Ich rechne nicht damit, dass Starfield so schnell auf die PS5 kommt. Andere Titel schon. Sie haben jetzt für Ende der Woche ja auch selber noch eine Pressekonferenz angekündigt, wo sie über ein paar Sachen sprechen wollten. Und da werden wir schon was in der Richtung sehen. Und ich rechne nicht damit, dass Starfield zu dem Zeitpunkt ... Ich kann mir vorstellen, dass es später kommt, wenn man selbst Sony veröffentlicht, ihre Exclusive, inzwischen auf PC. Von daher, das ist nicht ausgeschlossen. Aber jetzt noch nicht. Und wenn es auch jetzt noch nicht angekündigt wird, hat es nicht damit zu tun, dass ein Gerücht am Anfang der Woche aufgekommen ist und dann im Internet ein paar Leute sich beschwert haben, dass sie dann ihre Strategie bei den Haufen werfen. Aber damit hat das nichts zu tun. Und damit sind wir erst mal am Ende von den Starfield-News heute. Jetzt im Masterpiece sehe ich da gerade. Ja, und Starfield weiterhin keine klare Richtung. Der Patch, modern und alt. Die Aussicht, ist es jetzt schon der nächste große Patch? Ist er es nicht? Ist es ein Bonus? Ist es ein Zurückrudern? Man weiß es nicht. Die Steam-Bewertungen wackeln auch hin und her. Gerüchte, mal so, mal so, mal positiv, mal negativ. Es bleibt einfach spannend zu gucken, was wird aus Starfield? Und kriegt das irgendwann noch die Kurve? Theoretisch möglich, ein großer Teil, wenn es so ist, werden die Mods dafür haben. Oder dazu, wie gesagt, da bastle ich gerade an einem größeren Video, ein bisschen mehr über die Hintergründe, nicht über einzelne Mods, sondern darum, wie sich die Mod-Community entwickelt. Man kann es nämlich durchaus vergleichen, zum Beispiel mit den Anfängen und dem aktuellen Stand von Skyrim, mit den Anfängen und dem aktuellen Stand von Fallout. Und wie steht das Starfield im Vergleich da? Ist es ähnlich gut? Ist es schlechter? Ist die Stimmung besser oder schlechter? Benutzen mehr Leute oder weniger Leute die Mods? Und was kann man von den offiziellen Mod-Tools erwarten? Das wird entscheidend sein und das machen wir dann demnächst. Dann für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.